so liebe leute das wird der zweite blog auf meinem kanal der ebenfalls auf gar keinen fall euer leben verändern wird aber ihr könnt diesmal was gewinnen und zwar 1000 dollar 9000 euro aber auch nur wenn ihr bis zum ende dran bleibt also wir sind jetzt gerade auf dem weg nach münchen zur allianz arena bayern gegen leipzig was hat das ganze mit crypto zu tun das ganze video hier ist nämlich gesponsert von bitpanda die haben uns nämlich eingeladen in deren loge die sind jetzt gepartnert mit dem fc bayern und haben uns dementsprechend eingeladen in die loge dass wir uns das spiel angucken können und so weiter ich bin auf jeden fall richtig gespannt daher auf jeden fall schon mal vielen dank an bitpanda für die möglichkeit ich war noch nie in der allianz arena und erst recht auch noch nie in der loge bin gespannt wie es aussieht aber mal schauen wir noch so dass ich glaube ein paar kollegen sind auch eingeladen worden fein hat allerdings schon abgesagt weil ein lappen ist wie immer ich weiß noch nicht so genau wie das nächste video jetzt hier entsprechend aussehen wird weil ich nicht weiß ob wir die kamera mit rein nehmen dürfen und was wir da alles filmen dürfen und ob überhaupt wenn nicht dann werdet ihr höchstwahrscheinlich schöne landschaftsaufnahmen jetzt von münchen sehen tolle blumenwiesen die noch nicht blühen weil noch nicht frühling ist aber es wird nicht besser hier. Cut! Ihr seht's im nächsten video! ja leute der bitcoin krebst immer noch langweilig bei 51.000 rom deswegen müssen wir jetzt hier durch den münchener hofgarten spazieren und das video anderweitig interessant gestalten nützt ja nix so wir sind auf jeden fall gleich da bei der allianz arena ich bin gespannt wir sehen uns gleich drehen jungs so wir sind jetzt vorm stadion vor der allianz arena schal ist um wir haben bock sind gespannt wie das in der loge gleich aussieht ich warte mich noch nie in der loge generell noch nie in der allianz arena und dann ja hoffen wir mal dass das ein vernünftiges spiel wird bayern auch gewinnt damit die stimmung in dem fall gut ist und ja dann mal schauen ob in der zwischenzeit der bitcoin preis auf 60.000 geht bis jetzt Bis zum nächsten Mal. So Leute, das Spiel ist zu Ende. War extrem geil. Erstmal so auch die Erfahrungen zu machen, in der Loja immer zu sein, weil ich das erste Mal, das erste Mal in der Landseite, das habe ich glaube ich schon dreimal jetzt in das Spiel erlebt. Aber ja, war sehr geil. Bayern hat zum Glück noch gewonnen. Dementsprechend war auch noch sehr gute Stimmung. Verdammt kleines Essen. Und jetzt kommen wir zurück zum Gewinnspiel. Ihr könnt nämlich insgesamt 1000 Euro in Barocity VWR-Toben gewinnen. Und zwar exklusiv über meinen Bitpanda-Link in der Videobeschreibung oder auch in einem angeblendten Kommentar. Bei Bitpanda habt ihr keine Einzahlungsgebühren, egal mit welcher Methode. Also auch nicht per Paypal oder per Kreditkarte. Das ist alles kostenfrei, sowohl die Einzahlung als auch die Auszahlung. Ihr müsst euch registrieren, KBOY-C durchführen, mindestens 100 Euro einzahlen und dann gelangt ihr automatisch in den Lostop. Bis zum 14. März. Einen glücklichen Gewinner wird es geben. 1000 Euro in VWR-Toben. Viel Glück euch alle. War sehr geil. Ich hoffe, ihr habt den Vlog ein bisschen enjoyed. Und lasst wie immer ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.